Und bei mir ist einer der Goalschütze, Nikolas Haas. Nikolas, herzliche Gratulation zu diesem 4 zu 0. Was sind gerade momentan deine Worte? Ja, ein wunderschönes Gefühl hier in diesem wunderschönen Stadion. Sein ersten Goalschiessen mit dieser wunderbaren Atmosphäre. Und wirklich ein Kompliment an die Fans, die uns wirklich vorne gepusht haben. Und eine riesige Mannschaftsleistung. Danke! Beschreib dein Goal. Wie war der Moment für dich? Ja, ich habe gesehen, dass wir den Ball erobert haben. Und dass es dann schnell geht. Und dann bin ich einfach mal vorne. Und ab und zu kann man das Gefühl gar nicht so beschreiben. Und dann ist er plötzlich drinnen. Einfach wunderschön, das Goal mit den Fans zu feiern. Und jetzt, wenn man auf die Tabelle schaut, sind er plötzlich drin? Ja, natürlich. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Ich denke, wir haben eine sehr gute Leistung gebracht. Es ist natürlich schön, dass wir jetzt natürlich auch weiter vorne sind in der Tabelle und uns dem Ziel immer näher kommen. Okay, dann hast du heute mehrere Gründe zu feiern. Wegen dem Sieg und auch wegen dem persönlichen Goal. Herzlichen Gratulation! Merci vielmals! So, jetzt wird also der Nikolas Haas, der jetzt noch weitere Interviewe hat. Und wir haben noch weitere Stimmen hier in wenigen Augenblicken. Zwei Wochen 3 Zwei Wochen Untertitelung des ZDF, 2020